Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei Half-Life-LX. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier hoch und schauen, was uns hier erwartet. Für das... Ähm, muss ich was machen? Fängt schon mal gut an. Ah, okay, hier. Achso, hier kommt ein Lift herunter, okay? Warten wir doch einfach mal. Türen schliessen und hoch geht's. Mal schauen, wo wird hier. Das ist ein... Wurriker. Hinkommen. Well, let's think about it, Alex. He's on foot, moving at three miles an hour. Plus, he's a fugitive. He's only got one leg. There's obstacles, no direct path. Ah, you know what? I'm not gonna lie to you. He should be back by now. Yeah. So I should be worried. Normally, yes. You're the one headed towards the danger, so I'd say we should be the ones worried about you. Okay. So sind wir schon mal sehr, äh, viel näher. Andy ist dem Stromkabelgedienst. Oh, Achtung. Meine Lieblingsrätsel wieder. Gleich gehabt, geschafft. Polymer. Magazin. Da hinauf müsste die Regenwand. Mal schauen, ob wir das schaffen. Oh, oh. Hier ist meine Wand. Äh, ja. Genau, gut. Weiter geht's. Hinein ins Ungewisse. Ach, du Scheiße. Ähm, ja. Blau, blau. Gelb, gelb. Grün ist nebengelb. Grün ist nebengelb. Violett hier unten. Oder, das wird sowas von nichts. Gelb. Ähm, violett. Violett. Ähm, rott. Scheiße. Orange. Rot. 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 Okay, das hat besser geklappt, als ich dachte. Sonst gibt's hier nichts, oder? Aber, das sieht nicht so aus. Nein. Und ob wir hier nach unten können, weiß ich gerade nicht. Wahrscheinlich müssen wir nachher auch dort unten. Mal schauen. Okay. Katka. Ja. Null. Und noch ein Mini-Spiel. Ach du Scheiße. Ähm. Wow. Okay. Du hast es fast geschafft. Was? Okay. Okay, es wird immer wie interessanter, diese Spiele. 35 Polymer. Mal schauen, was wir machen können. Laser-Visier. Okay. Doppelschutz-Selbstlader fügt. Einen mechanischen Patronenlader. Fügt einen mechanischen Patronenlader zum schnellen Laden der Flinte hinzu. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Fügt die Option hinzu, direkt nach dem ersten Schuss einen zweiten Schuss abzufeuern. Nehmen wir mal das. Okay. Okay. Hier ist ein Konbeier-Wald. Das ist ein Konbeier-Dot. Ich muss ihn nicht mehr tun. Combine. Du kennst dich wie ein Konbeier-Wald. Ich will ihm das. Oh. Hahaha. Okay, sieht gut aus. Okay, geht nicht. Geronimo. Hm. Sehr einladend. Nichts unter dem Bett. Wusste ich es doch. Aber sonst ist es okay. Du stehst ja hoffentlich nicht mehr auf. Nichts. Auch nichts. Sorry. Ich muss da kurz mal hin. Ja. Doch. 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 Äh, ja. Puh. Da bin ich etwas in Panik geraten, aber nur etwas, weil ich mit diesen Tieren hier nicht gerechnet hätte, oder habe. Sorry, ich muss da kurz hineinschauen, nichts. Okay. Gut. Klopapier. Hier hat es noch Klopapier. Äh, sieht nicht gerade schön aus. Oh, es würde funktionieren, schade. Uh oh, this guy's not wearing a shirt. Hä? Was ist das denn für ein Kommentar? Okay. Sieht nicht gerade gut aus für ihn. Nichts. Ein Stück Seife. Warte. Warte. Komm. Du musst dich doch mal baden gehen. Komm. Sei ein Braver. Schade. Geh nicht. Ich wollte ihn in die Badewanne legen. Könnte er sich wenigstens noch etwas waschen. Schade. Lass uns eben vorgesehen. Ok, hier unten gibt's nichts. Ebenmal wieder die Waffe in die Hand nehmen. Hier hinten gibt's auch nichts. Andalismus! Genichung kaputt. Oh nein! Fischhaus left. Ist so, dass diese Blase hier bei mir explodiert hat, bei den Viechern nicht verstichlich ganz. Aber was soll's. Ich geh erstmal hier hinten schauen. Dort geht's glaube ich weiter. Ok, hier ist gar nichts. Ach so. Komm schon. Oh, die Klosche ist der nächste Sprung. Ich... Habe ich noch Granate? Glaube ich nicht. Das Vieh gibt es... Gibt's ihnen ja nicht einfach so. Oh, shit. Nein. Nein. Hm. 2,01. Dann ist das hier wohl die dritte Etage. Hier sieht's eigentlich noch ganz schön aus. Und schon ein Stück. Nein. Okay, schade. Wenn das jetzt geklappt hätte, hätte ich einen Besen gefressen. Ehe, heheh. Ich frage mich, ob es irgendwann mal vielleicht etwas unter dem Bett gibt, oder nicht. Was ist das etwa? Das sieht mir nach einer Arabian Flasche aus. Nichts. Nein. Auch nichts. Gar nichts. Polymer. Heißgeliebtes Polymer. Okay. Nach rechts oder links. Wow. Ganz ruhig. Ich glaube nach rechts. Das ist auf jeden Fall nichts für Leute, die Höhenangst haben. Okay. Medizin. Nein. Scheisse. Gut. Und weiter geht's. Äh. Gut. So kann man's lösen. Ah. Wow. Ja. Jetzt ne Granate gegeben. Hab ich jetzt nicht gesehen. Schade. Tschüss. Tschüss. Als ob. Als ob der Typ nicht gespült hätte. Oh. Die hatten hier wohl ne kleine Party. Okay. Ich lass dich mal los. Sehr gut. Kleiner Zabel Philippe. Und du? Wieso bewegst du dich noch? Komm. Läck dich hin. Schade. Ich hätte jetzt hier gerne Wasser hinein gelassen. Oh. Das Kabel. Hm. Komm ich jetzt hier überhaupt durch? Äh. Ja. Ja. So. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Okay. Ähm. Ja. Du kannst sonst nicht gerne hier hinkommen. Vielleicht wirst du ja gefressen. Hört dich nichts dagegen. Ich hab alles gänglos. Bis zum nächsten Mal. Ich hab alles gefeiert. Schade. Ja. Hör. Ich hab alles geguckt. Schade. Ich hab alles gefeiert. so kann man sich auch kugeln sparen ok da geht es auf jeden fall lang hier nicht die sache mit ihrem stuhl steht ich würde sagen wir gehen in der nächsten folge wir gehen in der nächsten folge durch diese tür hier und ja vielen dank fürs zuschauen bis zur nächsten folge ja 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 ja